Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind sogenannte Geocacher, Geocaching ist sowas wie die moderne Form einer Schatzsuche, jedenfalls man holt sich Koordinaten aus dem Internet und die hat da jemand reingestellt und derjenige hat irgendwo irgendwas versteckt an einem oder mehreren Orten, wenn man das dann findet, dann hat man quasi einen Schatz und wir nennen die dann Cache. Was kannst du jetzt nicht alleine lassen? Oh, weg! 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 Mom! Wenn ihr das seht, dann bin ich vielleicht schon drauf. Was? Weg! 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 Chairher! Was ist das? E furious! E Hoos? Hoos? KOH!! w Ich incapaciert sind dadurch da Frau!